Ja cool. Ich merke auch, wir smoothen so ein bisschen auf einer Wellenlänge, so was die Offenheit angeht. Genau, also ich habe jetzt auch keine Angst vor Dreck, ich bin gerne Mädchen, ich kleide mich auch gerne wie Mädchen so, aber... Aber du packst auch mal hart an. Genau, ich kann auch hart abwarten. Wenn das Auto Probleme macht, dann steckst du auch mal die Hand im Motor halt mal fest. Richtig. Ich habe auch schon ein paar Mal geschraubt, also so einiges, mein Auto schraube ich eigentlich meistens selber mit. Geil. Und hier der Beweis. Powerfrau Alicia legt wirklich selbst Hand an. Ich arbeite im Moment sehr, sehr, sehr viel und deswegen gönne ich mir halt auch gerne was. Wie zum Beispiel mal für so ein Wochenende so ein Lambo zu fahren. Das ist natürlich richtig geil. Ich habe Benzin im Blut, ich liebe schnelle Autos. Und ja, damit muss mein Mann auf jeden Fall auch umgehen können. Ist das ein geiles Auto. Oh mein Gott. Das macht so viel Spaß ey. Wie gerne hätte ich so ein Auto? Benzin im Blut. Hu 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 hu.